Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir Ewig wünscht, gerade wenn da jetzt das ans Aufziehen nebenbei Aber egal, Season 15 ist da, schauen wir direkt mal rein Die Belohnungen Okay, das sieht doch schon mal salty fest, okay Gucken wir mal hier in den Item Shop erstmal rein Okay, da hat sich nichts geändert Gehen wir in den Rocket Pass rein Das ist das neue Auto Nissan Ferrari Z Ist eine coole Lockierung, aber ist übel hell Boost ist jetzt nicht so meins Die Reifen kann man machen Zip Nicht schlecht Indie Artist Weiß ich nicht An sich sieht geil aus, aber es sieht Weil es animiert ist, nicht so geil Was haben wir noch? Oh, das passt zu mir Äh, what the fuck ist das? Ja, die Lackierung Alter Alter Jetzt äh Jo Leute, der Flo ist auch, äh, Fabi ist auch dabei Ich muss jetzt hier gerade noch Video aufnehmen von Battle Pass Ja, ne, also bisher Ja Der Battle Pass Oh Mann, ey Oh Mann, ey Ja, was ist denn das? Super Saiyajin, oder was? Aber ist das jetzt alles wie auf Metal angelegt, oder was? Äh Äh Ähm Ne, also Ne Äh, äh Nein Oh Gott Oh Gott Toll Leute, dass ich das Video gerade so schnell mache, aber Digga, was ist das? Das ist doch kein Battle Pass Das ist doch alles nur Das ist doch alles nur Moch, Alter Was ist denn das hier? Ne Torx Person ist auch nicht so geil Ne 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 Man, absolut nicht Was ist das für ein Scheiß Sorry Epic Games, aber was ist das für ein Scheiß Die werde ich niemals spielen, die Torx Person, beide nicht Was zum Fick ist das, Digga? Du kriegst ja Augenkrebs Ne So Jetzt bitte lasst die Turnier-Items besser sein Zeit mal her Gleich von ganz unten fangen wir an Lutscheis Alles klar, Digga Backfire Lackierung Basketballkorb Fackel Fineline Hammer Nein Äh Ja, die sind nicht schlecht Die Räder sind auch nicht schlecht, ich glaube mit einer anderen Farbe sieht bestimmt kalt aus Die Tor-Explosion ist... Alter, what? Die Tor-Explosion ist geil Die werde ich mir nachher auf jeden Fall direkt freischalten Neue Map ist drin, oder was? Wie heißt die neue Map, Alter? Wie heißt die neue Map, Alter? Gehen wir mal rein, gucken wir uns mal die Map an Gehen wir mal in den Spectate-Modus Was sehen wir hier alles? Da drüben ist die Konzert, die ganzen Zuschauer, ein Riesenrad, Kneipe oder was das heißt, hinten die Achterbahn, die wir schon kennen. Ansonsten ist es ganz schlicht gehalten, so wie es sein soll. Meiner Meinung nach. Jetzt machen wir hier nochmal einen ganz entspannten Erdobel. Auf die andere Seite. Okay Leute, auf jeden Fall das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Glocke aktivieren und auf 3. Bis zum nächsten Mal. Ciao.